YouTube, was geht ab? Ich bin wieder euer Flo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Five Favorite Cards. Mega gut. Oh, hoppla. Jetzt hätte ich fast hier alles umgeworfen. Nein, wie gesagt, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Five Favorite Cards. Eine Sendung, in der ich euch fünf verschiedene Karten präsentiere, die mir auf irgendeine Art und Weise sehr gut gefallen. Oder die uns sehr, sehr gut gefallen. Und was wir damit verbinden tatsächlich? Lustigerweise habe ich bisher einfach ein paar Karten rausgenommen, die tatsächlich alle mit dem Anime zu tun haben. Und es wird tatsächlich auch in den nächsten kommenden Tagen und Wochen und beziehungsweise in den nächsten Folgen tatsächlich so bleiben. Und ich wiederhole mich mit dem Wort tatsächlich. Tatsächlich. Nächstes Trotz springen wir doch einfach mal direkt in die Action und beginnen lustigerweise mit der ersten Karte. Bäm! Das ist der Totenkopfwürfel. Kennt ihr noch jemand? Also, Totenkopfwürfel ist tatsächlich eine Karte, die im Anime sehr, 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 sehr oft von unserem allerliebsten Hund, wo der am liebsten Charakter gespielt wird. Und zwar Joey. Lustigerweise ist mir auch wieder das letzte wieder aufgefallen, dass Joey eigentlich derjenige ist, der im Endeffekt alle Karten darauf ausgelegt hat, dass er mit Glück gewinnt. Totenkopfwürfel, Zeitzauber. Okay, Zeitzauber funktioniert ein bisschen anders als in echt, aber ohne Witz. Joey ist so ein Lacker teilweise. Er spielt seine Karten wirklich sehr oft nach dem Glücksprinzip. Ja. So auch der Totenkopfwürfel. Schöne Karte übrigens. Wirf einen sechsseitigen Würfel. Lustigerweise ist es das allererste Mal, dass ich bei Yu-Gi-Oh! dann mit einer Karte konfrontiert war, bei der man wirklich einen aktiven Würfel werfen muss. Das kannte ich tatsächlich noch von Yu-Gi-Oh! vorher noch gar nicht. Und von Monster bist du Gegner, derzeit kontrolliert, verliert bis zu Endphase, ATK und DEF in Höhe vom Ergebnis. Mal 100. Also kann maximal 600 Angriffe und Verteidigung verlieren. Ist heutzutage echt nichts mehr, aber damals... Ach. 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 Ich mochte es. Ich liebte es. Ich hab's gespielt. Auch wenn's nicht gepasst hat. Na gut. Dann würde ich sagen, Nummer 1. Kommen wir zu Karte Nummer 2. Der Kaiba-Mann! Der Kaiba-Mann! Der Kaiba-Mann! Ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingskarten. Nicht was nicht zuletzt daran liegt, dass ich ein riesengroßer Kaiba-Fan bin. Seto. Und Seto. Also wenn man wirklich nach der ägyptischen Vorlage geht. Ach. Ist so ein cooler Charakter. Und das Lustige ist, es heißt tatsächlich im Anime, dass die Karte Kaiba selbst erschaffen hat. Nach seinem eigenen Abbild oder sowas. Ah ja. Und der Effekt ist eigentlich ganz lustig. Du kannst die Karte spielen, als Tribut anbieten. Und dann Blue Eyes springen aus der Hand. Ach. Ach. Ja. Taucht tatsächlich, glaube ich, ne, die taucht tatsächlich in der ersten Staffel oder zweiten Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, von Yu-Gi-Oh! GX auf, als Gegner für Jaden. Der halt dann auch weiß, dass sich Jaden sofort auf die Schnauze haut, weil halt einfach mal rucki zucki Blue Eyes White Dragon spielt. Ach ja. Ne, Kaiba-Mann! Ist eine tolle Karte. Ich wünschte, sie wäre mehr Meta-fähig. Gerade vor allem jetzt aktuell, wo Blue Eyes echt die Meta ist schlechthin. Leider, leider, leider ist sie aufgrund der Sterne nicht so gut zu spielen, wie jetzt, weiß ich nicht, die Maiden oder den Sage. Oder den Meister. Ist tatsächlich alles so ein bisschen, hm, lalalala. Für ein Budget Deck super. Also wir werden auf jeden Fall noch ein Blue Eyes White Dragon Budget Deck machen. Und da ist diese Karte echt nicht schlecht. Und ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblingskarten und eine tolle Karte. So. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit Nummer 3. Die Wiedergeburt. Freunde, das ist eine der geilsten Karten in Yu-Gi-Oh! überhaupt. Grundsätzlich. Und aus diesem Grund ist die Leute auch verboten. Ja, das wissen wir. Da haben wir alle drunter zu leiden, dass die Wiedergeburt verboten ist. Man könnte es eigentlich tatsächlich überlegen, ob man sie nicht, wenn Rageki schon limitiert ist, dass man diese Karte nicht auch zumindest auf 1 setzt. Weil, komm, ganz ehrlich, man kann ein Monster auf dem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Es gibt genügend Karten, die das verhindern. Du hast die letzte Ernste Wahrnehmung, du hast den Solomon's Strike, also den feierlichen Schlag und so Zeug. Also kann man doch wirklich jetzt mal drüber nachdenken, ob man diese Karte nicht spielen darf, einmal oder nicht. Ich bin tatsächlich übrigens ein riesengroßer Fan nicht von diesem Hardwork, sondern vom Originalen, also dem japanischen oder der ersten Auflage, ich weiß nicht. da ist nämlich hier ein Ankh und nicht dieses, ich weiß gar nicht, was das sein soll, ein Talisman oder ob das irgendwas ist. Auf jeden Fall, da ist ein Ankh drin und sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus, vor allem in Holorare. Ja, auf jeden Fall verdammt geile Karte und nicht zuletzt aus diesem Grund auch eine meiner absoluten Lieblingskarten, auch wenn man sie leider nicht mehr spielen kann. Sehr, 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 sehr schade. Genau. Kommen wir zu Nummer 4. Die Toon World. Haha, die Toon World. Auch wieder eine Karte aus dem Anime. Ey, ich habe schon wieder Karten aus dem Anime rausgezogen. Was ist denn los mit mir, ey? Ja, wer kennt sie nicht, die Famous, Infamous Toon World, gespielt von dem Erfinder von Duel Monsters, schlechthin Maximilian Pegasus. Die Toon World ist halt eine essentielle Karte, die man benötigt, wenn man Toon spielen will. Ich habe mal überlegt, vielleicht mal so ein Mini-Deck in Richtung Toon zu machen. Das Problem ist, Toon ist halt absolut nicht wirklich konkurrenzfähig, weil es gibt so viele Karten, mit denen man die Zauberkarten entfernt. Allein Twin Twister kann halt wirklich zwei Zauberkarten zerstören und nachher hast du noch eine Toon-Karte umgedreht auf dem Feld liegen und dann ist die auch weg. Und du kannst ja nur drei Karten dafür ins Deck nehmen. Naja, aber Toon-Karte oder die Toon World ist halt tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der ersten Staffel. Also nicht Staffel Null, sondern der ersten Staffel Yu-Gi-Oh! Und ich fand damals echt witzig, wie dann der Blue Eyes aussah, als Pegasus den von Kuiper von seinem Feld auf sein Feld gerufen hat und mit der Toon World verschwolzen hatte. Naja, also eine Karte tatsächlich mit sehr viel Historie, die leider halt tatsächlich komplett aus der Serie auch verschwunden ist nach der ersten Staffel. Aber hey, es kann ja nicht jeder der Blue Eyes oder den schwarzen Magier sein. Und die letzte Karte für heute ist die Nummer 5 und das ist Der Fünfköpfige Drache, ey. Wieder eine Anime-Karte und eine Karte, die in dieser Zwischenstaffel auftaucht und zwar ist das diese ich glaube, das ist noch vor Battle City vor Battle City und nach dem Königreich der Duelanten genau in diesem Virtual Reality Abenteuer von Kaiba Virtual Reality ist lustig, das ist jetzt auch wieder Virtual Reality Kaiba wo dann die Big Five dieses Monster am Schluss beschwören und das ganze Feld nur von Drachen bewohnt werden kann und dann Yugi Yugi, Kaiba Joey, Mai und Mokuba mit ihren Drachen gegen diese ankämpfen müssen und halt am Ende dann besiegt werden durch eine Kombination des, ich glaube schwarzglänzender Soldaten mit dem Neo oder mit dem Blue Eyes Ultimate Dragon die sich dann verschmelzen und dann so diesen Drachenherren werden und ach, ich weiß es gar nicht mehr auf jeden Fall die Karte ist eigentlich ziemlich lustig der Effekt ist nur ziemlich Krütze man muss 5 unterschiedliche Drachen benutzen um diese Karte zu beschwören und zwar aus Finsternis, Erde, Wasser, Feuer und Wind hat zwar 5.5 also 5.000 ADK und 5.000 Death aber das ist es nicht wert Leute das ist es echt nicht wert die Karte zu spielen ja aber Anime-Karte eigentlich eine tatsächlich sehr nostalgische Karte weil ich die früher als Kind immer haben wollte und nie bekommen habe und jetzt habe ich sie und ich spiele sie nicht that's life that's life naja das waren die heutigen 5 Favorite Karts beziehungsweise die 5 Karten mit denen wir Engels verbinden mit denen ich Engels verbinde habt ihr auch mit den Kartenengel gespielt habt ihr die früher als Kind auch gewollt oder wolltet ihr die oder wolltet ihr die immer noch spielte die die tatsächlich noch bei Kaipermann könnte ich mir das vorstellen dass man noch spielt aber ansonsten die anderen wenn ihr mir einen guten Grund liefert die zu spielen dann kriegt ihr von mir zwei Daumen ja nächstes Sonst das war es mit dieser Folge von den 5 Favorite Karts ich hoffe es hat euch gefallen lasst doch einen Kommentar einen Kommentar da teilt dieses Video shared uns kommentiert uns mal wieder und Flo und Flo wünschen euch einen schönen ja guten Morgen guten Tag oder guten Abend wir sind mal wieder raus wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Video und bis dann Namaste